Mein Name ist Christian Wilke vom Franchise-System Backwerk. Kurz das Geschäftskonzept zu erklären ist ein bisschen schwierig, weil wir kommen eigentlich aus der typischen SB-Bäckerei, was wir aber heute nicht mehr sind. Wir sind mittlerweile am Backgastronomen. Wir haben uns gewandelt vom Retailer zum Gastgeber. Die Schwerpunkte liegen heute viel, viel mehr auf dem Bereich Out-of-Home. Und ja, da setzen wir die Schwerpunkte und unterstützen auch da unsere Partner, gerade in dem Bereich Snacks, Belegte, Ware, Heiß- und Kaltgetränke. Im Endeffekt suchen wir Unternehmer, wie das Wort schon sagt, dass es halt Leute sind, die etwas unternehmen. Jemand, der klassisch nur vom Büro aus einen Laden führen will, wird bei uns nicht so erfolgreich sein. Wir suchen halt Leute, die eine Hands-on-Mentalität haben, die mit anpacken und Spaß daran haben, ein backgastronomisches Konzept auch weiterzuentwickeln und weiterzuführen. Da sind wir eigentlich ein Full-Service-Anbieter. Das fängt an von der klassischen Unterstützung im Filialbetrieb durch unseren Außendienst, durch unsere Systemzentrale. Wir unterstützen den Bereich Buchhaltung. Wir unterstützen den Bereich Personalführung. Wir bilden unsere Partner in der eigenen Akademie aus. Wir geben verschiedene Seminare für unsere Partner. Thema Personalführung, Thema Abrechnungssysteme und, und, und. Also eigentlich einen Full-Service-Anbieter im kompletten Bereich. Ja, wir haben halt vor 17 Jahren angefangen, einfach nur klassisch Brot und Brötchen in die Theke zu legen. Damit kann man heute natürlich kein Geld mehr verdienen, weil das Geschäft wandelt sich. Die Leute wandern ab in den Bereich Brot und Brötchen in den Einzelhandel, das heißt in die Supermärkte. Und da lässt sich einfach kein Geld mehr mit verdienen. Partner, die heute noch hohe Erträge haben wollen, investieren in die Bereiche Snacks, belegte Brötchen. Das haben wir vor ein paar Jahren schon frühzeitig erkannt und haben daraufhin unser Geschäftskonzept natürlich gewandelt. Wir schaffen im Endeffekt einen dritten Raum. Ein Raum zwischen Zuhause und Arbeit, wo man hinkommen kann. Auf der einen Seite sich den schnellen Kaffee nimmt, auf der anderen Seite sich aber auch hinsetzen kann, wohlfühlen kann durch kostenloses WLAN, leise Hintergrundmusik. Also ja, eine gewisse Wohlfühlatmosphäre. Also wenn Sie Interesse haben an einem sich ständig weiterentwickelnden Konzept, Lust haben im Umgang mit Menschen, serviceorientiert sind, dann bewerben Sie sich doch einfach bei uns über unsere Homepage. Dort finden Sie ein Kontaktformular und dann werden wir schnellstmöglich auch den Kontakt zu Ihnen aufnehmen.